Es gibt eine Möglichkeit, die Zukunft für ein gesichertes Alter selber in die Hand zu nehmen. Deshalb nützen Sie die Möglichkeit, auch in den Zusatzrentenfonds einzuzahlen. Die Informationen dazu gibt es bei Benzplan InfoBorn und natürlich auch erhalten Sie hier die Tasche mit viel an InfoMaterial. Auch in unserer provincie gibt es eine große Rettributive difference zwischen Männern und Frauen, sia für die Arbeitnehmer, als für die Arbeitnehmer. Wir müssen absoluten, zu empfehlen und zu suggerieren, dass sie sich zur Komplementar-Präsidentin an der Komplementar-Präsidentin. Also, bitte informieren Sie uns und, ich bitte, wir uns alle auf die Komplementar-Präsidentin an der Komplementar-Präsidentin. Rentenvorsorge steht. Es droht eine Altersarmut bei Frauen und das sollte eigentlich ein Grund zur Sorge sein für uns, das heißt für die Gesellschaft, aber auch für die Entscheidungsträger. Daher rate ich, jeder Frau, egal ob jung oder alt, rechtzeitig an die Rentenvorsorge zu denken. Pensplan hat eine tolle Tasche für diesen Tag erstellt, für diesen Informationstag erstellt. Holen Sie sich die Tasche. Es geht um Ihre Zukunft. Sie haben es in der Hand und daher denken Sie an sich selbst. Es ist wichtig, dass Frauen sich informieren, weil wir haben immer noch eine Tatsache. Die Tatsache ist, dass sie 50 Prozent weniger Pension bekommen und das heißt, dass sie sehr häufig von Armut betroffen sind. Als Gleichstellungsrätin weiß ich, dass die Personen nicht immer Bescheid wissen. Sie glauben immer noch, es gibt eine Altersrente und nein, die schlechte Nachricht gibt es nicht. Deswegen ist es wichtig, sich frühzeitig zu informieren und ich sage immer, es ist ein kleiner Schritt für die Frauen, aber es ist ein großer Schritt für ihre Pension. Es ist wichtig, für unsere Personen vorzusorgen, lieber heute als morgen und sich rechtzeitig zu informieren. Bei den InfoPoints gibt es dazu kostenlose Beratungsgespräche. Gehen Sie hin, informieren Sie sich, lassen Sie sich auch beraten hinsichtlich der Gelder, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Es liegt in unseren Händen und holen Sie sich eine Beratungstasche mit Infomaterial. L'importante per ogni donna è pianificare il futuro per avere una pensione serena e per questo li invitiamo a rivolgersi ai nostri sportelli per avere una consulenza mentrale e gratuita. Ich bedau! Ich bedau! Bis zum nächsten Mal.